Hallo, hier ist Volker Rache und jetzt Samstag geht es ab in der Diskothek Nachtwerk in Suling, Beachparty 4.0. Ich bin Volker Rache und komme dann mit meinem roten Pferd über eine Insel mit zwei Bergen geritten und vom Mann Schatzi ein Foto abzuverlangen. Sei dabei, mach Party, Beachparty 4.0, jetzt Samstag in der Diskothek Nachtwerk in Sulingen. Ich zähle auf euch. Untertitelung des ZDF, 2020